Gestern, heute, übermorgen. Der Talk über Star Trek PK. Moin allerseits und willkommen bei unserer kleinen Star Trek Talkrunde. Wie immer mit dabei der Arne. Hallo Arne. Hallihallo, außerdem dabei natürlich der Frank. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ja und moin auch an Nils. Ja guten Morgen. Wir haben noch ein bisschen Anlaufschwierigkeiten. Es ist früh am Morgen. Es ist relativ außergewöhnlich. Wir nehmen auf, nicht mit dem Gin in der Hand, sondern mit dem Kaffee, Brot. Ich sehe auch drei Kaffeetassen. Das ist gut so. Und das machen wir nur für euch, liebe Freunde. Und auch für uns. Wir wollen ein bisschen quatschen. Mal wieder. Und wie immer, ich freue mich, wenn ich die beiden Gesichter sehe seit neuestem. Das ist so toll. Und ich darf über Star Trek gleich reden. Ich weiß nicht, ob ich mich freuen darf. Da haben wir im Vorhinein schon drüber gesprochen, aber wir machen es trotzdem. Arne, hast du gute Laune? Geht es dir gut? Ich habe ja diese Folge gesehen, jetzt weiß ich nicht mehr so genau. Da kommen wir gleich zu. Und nein, mir geht es hervorragend. Also ich bin, es ist immer noch ein Wahnsinns auf und ab mit diesem Star Trek Discovery. Manche Folgen finde ich super und andere finde ich wieder nicht so gut. Die Folge sieben fand ich wieder richtig schlecht. Die Folge acht war wieder einigermaßen okay. Also es geht ständig auf und ab. Und ich weiß nicht so genau, was ich davon eigentlich halten soll. Ja, die achte habe ich noch nicht gesehen, aber bei der siebener, das war ja Unification Part 2, nee Part 3, wieder Vereinigung Teil 3, da habe ich in unseren gestern heute übermorgen Chat etwas vergleichbares wie deine Rezension zur allerersten Folge geschrieben. Ich habe einfach nach sechs Minuten abgebrochen. Ich konnte schon dieses Anfangsgeheul von Michael echt nicht ab. Das heißt, du hast diesen Missbrauch von Leonard Nimoy gar nicht mehr gesehen. Nee, genau. Sei froh, Katastrophe. Okay, fuck. Gut, dann haben wir das auch gleich. Star Trek News Discovery A Part 2 habe ich hier stehen. Das ist weg. Oh, ich habe noch mehr Star Trek News hier. Die dritte Staffel von Orville hat jetzt gerade angefangen zu drehen. Ja, sehr gut. Jetzt mal wieder eine gute Star Trek-Zeit. Ich habe tatsächlich was, aber nicht Star Trek-mäßig. Ich wollte so nochmal was erzählen. Ich höre gerne und viel Podcast. Unter anderem höre ich einen sehr guten Podcast. Ich glaube, den habe ich auch schon mal genannt. Der heißt Fake Doctors Real Friends. Das sind Donald Faison und Zach Braff. Vielleicht dem einen oder anderen bekannt aus der Kult-Serie Scrubs. So ein paar bescheuerte Mediziner. Und die haben in der Covid-Zeit sich entschlossen, ey, wir machen mal so einen Rewatch-Podcast ihrer eigenen Serie. Also das ist schon mal ganz cool, wenn ein paar Schauspieler versuchen, Geld zu machen, aber nicht so ganz extrem, wie das so einige Star Trek-Typen auch machen. Also das ist echt okay. Kann man sich ja sehr gut angucken, wenn man Scrubs mag. Und in einer Folge, die zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieser Folge, ich glaube, knapp anderthalb Wochen vorbei ist, hatten sie einen Arzt zu Gast. Und zwar Jonathan Doris. Der hat bei Scrubs einen besonderen Stellenwert, denn der wird von der Cast und Crew genannt Real JD. Das ist der Typ, auf dem die Figur JD, also Zach Braffs Figur, basiert. Also das ist ein alter Studienkumpel von dem Producer von Bill Lawrence. Und mit dem haben sie so ein bisschen gesprochen über Scratch natürlich allgemein. Und da hat sich herausgefunden, der findet Picard ganz cool, also Star Trek. Weil es ging dann mal kurzfristig um Herzimplantationen. Und er hat so gesagt, ja, ja, genauso wie Picard. Und mein Ohr nur, ja, ja. Die Jungs haben es nicht verstanden, egal. Also das macht Spaß zu hören. Also da ist tatsächlich der Mensch, den man dazu hört, der ist Star Trek-Fan. Und er erklärt auch mal so ein bisschen was über Covid. Und auch gerade die Impfungen, die verschiedenen Wannen, wie die kommen, was sind Vorteile, Nachteile, dass bitte, 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 also es ist natürlich auf die USA bezogen, aber das kann man auf die Welt ausbreiten. Leute, bitte hört auf, doof zu sein, sondern seid vernünftig, habt die Maske drauf und so weiter und so fort. Macht allgemein echt Spaß, den Podcast zu hören, aber die Folge würde ich gerne verlinken. Wer Interesse daran hat, kann sich das gerne mal anhören. Ja, sehr gut. Wenn wir schon von anderen Podcasts reden, ich habe so einen Adventskalender-Podcast zum Hören. Diese Folge wird das wahrscheinlich, ähm, ne, noch ist ja Dezember. Also ihr könnt ihn hören, der heißt Ungut ist, den findet ihr auf kompendium.net slash Ungut ist. Und das Schöne an diesem Adventskalender-Podcast ist, ähm, da geht es nur um positive Dinge. Jeden Tag so acht bis zwölf Minuten. Ähm, wir waren mal bei fünf bis zehn, aber wir sind ein bisschen, es ist schwer, sich kurz zu fassen. Und wir reden nur über positive Dinge. Wir sind in diesem Fall Felix, Kling und ich. Ähm, schöner Podcast. Das finde ich gut, ähm, sollte man sich anhören, ist schließlich meiner. Ja, aber das muss man auf jeden Fall. Ich höre den jeden Morgen. Und da kann ich gleich einhaken. Ich höre den direkt, ähm, ja, so ein bisschen das Ego streicheln nach einem anderen Adventskalender tatsächlich. Mhm. Und da streiche ich nochmal mein Ego selber. Ähm, das ist der Adventskalender von Jules Werns Erben. Mhm. Wir machen auch jeden Tag ein kleines Türchen auf. Und hinter jedem Türchen versteckt sich eine kleine Science-Fiction-Geschichte. Wer sich die einfach mal anhören, man sagt so, oh, da hätte ich Lust drauf, darf gerne kommentieren auf den Seiten. Und, äh, wenn, äh, unser jetziges, äh, künstlicher Mensch, ja, das sich ja ein bisschen aus bekannten Gründen bei JVE verzögert, ähm, werden wir das hinten vielleicht mal machen. Also zum Beispiel, wir hatten am 2. oder war das sogar am 1. Dezember Quantum Leap, äh, zurück in die Vergangenheit. Wer da Bock drauf hat, mehr zu, äh, hören, der darf dann da gerne kommentieren. Oh, also zwei tolle Adventskalender-Podcasts, die man sich jeden Tag gerne anhören kann. Gut, es haben Arme nicht viel erzählt. Frank, möchtest du noch was sagen oder anfangen? Nö, danke. Dann bringen wir es hinter uns. Es wird trotzdem gut. Nicht, dass ihr denkt, das wäre schlecht, wäre es schlecht. Nein. Wir haben uns, nein, nein, Moment, 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 Moment. Arne hat sich rausgesucht. Hey, nicht schon Shaming hier. Okay, ich muss das im Vorhinein sagen. Auf meiner Folgenliste, wo ich ein paar Folgen aufgeschrieben habe, stand die auch drauf, aber da sage ich nachher noch was zu. Die sechste Folge der siebten Staffel The Next Generation, Uraufführung, war am 23.10.1993 in den USMA unter dem Namen Phantasms. In Deutschland kam die Traumanalyse am 30.06.1994. Wie bekannt, ihr dürft sehr gerne wieder einschalten, wenn ihr die Folge geguckt habt, wenn ihr es dann machen wollt. Weil wir werden bestimmt so die ein oder andere Information nochmal rausschmeißen, die es vielleicht eventuell nebenher gab oder auch nicht. Und ob ihr es hören wollt oder nicht, ihr kriegt es auf die Ohren. So, Spoilerwarnung damit. Und die Folge wird zusammenfassen der Arne. Viel Spaß dabei. Vielen Dank. Ich habe mich dieses Mal an einer Konzeptänderung versucht. Wir haben nämlich bei Offenbar The Orville, ein fantastischer Podcast über die Serie The Orville, haben wir auch so eine Zusammenfassung. Die habe ich geklaut von hier und da wurde mir zurückgemeldet, dass sie doch ein bisschen kürzer sein soll. Und das versuche ich jetzt hier auch mal, so Klappentext mäßig. Also, nicht kurz weggehen und nicht kurz die Ohren zumachen, sondern jetzt ganz schnell die Zusammenfassung. Entschuldigung, ich war kurz weg. Was war da? Nee, nee. Also jetzt kommt die Zusammenfassung und die ist sehr kurz, deswegen solltet ihr jetzt zuhören. Oh, okay. Ich höre. Los geht's. Data erlebt überraschend Albträume, neun Monate nach Beginn seines Traumprogramms, kurz nachdem ein neuer Warp-Kern in die Enterprise eingebaut wurde. Die Träume zeigen verschiedene seltsame Dinge. Drei Bergarbeiter, die Data feindlich gegenüber eingestellt sind. Wolf isst Zellular-Peptide-Kuchen mit Pfefferminz-Überzug. Ein Telefon klingelt. Dr. Crusher schlürft mit einem Strohhalm an Rikers Schläfe. Data schneidet einen Kuchen in Troy-Form an. Um seinen Träumen Herr zu werden, spricht Data mit niemandem darüber, außer einem Holo-Dr. Freud, der jedoch nicht hilft. Zu aller Überraschung hat Data plötzlich auch noch Wachträume, in denen er Münder an bestimmten Stellen von Crewmitgliedern sieht. Zu aller noch größerer Überraschung greift Data in einem Turbolift Troy mit einem Messer an und sticht sie nieder. Sie überlebt den Angriff, Data wird suspendiert. Dr. Crusher entdeckt Wesen an Troy und sich und allen anderen, die Interphasen verschoben sind und daher nicht wahrgenommen werden können und Zellular-Peptide essen. Geordi und Jean-Luc gehen mit Data auf dem Holodeck in seinen Traum, wo Data entdeckt, dass die drei Bergarbeiter die Wesen symbolisieren und dass er einen Schrei hat, der die Bergarbeiter unschädlich macht. Wieder in der echten Welt setzen sie das in die Wirklichkeit um und senden einen Interphasen-Impuls, der, so Picard später, sämtliche dieser Wesen restlos vernichtet hat. Durch den neuen Warp-Kern wurden die Viecher angelungen. Während dieser Begebenheit hat Picard ein Bankett verpasst, an das ihn Admiral Nakamura mehrfach erinnert hat, doch er hatte ohnehin nach einer Ausrede gesucht, da nicht hinzumüssen. Als Abschluss- und Retourkutsche bringt Troy Data einen Data-Kuchen, den sie dann gemeinsam essen. Was wohl Dr. Freud dazu sagen würde, fragt er. Ein Kuchen sei manchmal nur ein Kuchen, sagt sie. Ein Kuchen ist manchmal eine Lüge, sag ich. Fertig. Yeah. Nice. Kuchen. Bei der nächsten Doppelfolge, die ich mir aussuchen werde, werde ich das mal versuchen. Sehr gut. Also wirklich Klappentext, einfach nicht jede Szene, sondern einfach irgendwie, also gerade diese Szene mit dem Bankett, also diese kompletten Handlungsstrangen mit dem Bankett, ein Satz reicht. Dieser Handlungsstrang mit der Verehrerin von Geordi, habe ich einfach komplett weggelassen, weil es für den Plot total egal. Ist es auch. Führt auch zu nix. Und dass Data-Warpf seine Katze gibt. Naja gut, da kommen wir gleich zu. Ich sag dazu später was. Gute Katze, liebe Katze. I will fight her. Ich liebe diese Katze. Ich muss mal sagen, erstaunlicherweise, nach 38 Mal, wo ich gesagt habe, ich finde das total toll, wie das anfängt, ich finde den Beginn schon total irre und doof. Muss ich einfach mal so sagen. Hat sie dieses Fischaugenkamera oder was? Das Fischauge ist fast noch das Beste, aber dieser Traum ist, da ist so viel drin, der uns irgendwie auch eigentlich nicht mehr so richtig erklärt wird und was das alles soll. Und ja, ich weiß es nicht. Nein, also es wird ja in Teilen erklärt, also auch warum Worf irgendwie Peptidekuchen isst, aber auch nur so minimal. Also da ist ja viel drin im Nachhinein, was man sich zusammenschließen kann. Also Peptidekuchen, ja, weil diese komischen Viecher, die Peptide essen, okay, fine, aber es wird halt auf den Traum nicht mehr erklärt. Es wird auch irgendwie, die Arbeiter sind ja da irgendwie durch eine Gangwand plötzlich bei einem dieser Warpleitungen, die zu den Warp Nestles sollen und die sind ja auch da mit reingekommen. Aber es wird einfach nicht erklärt, dass das, also was denn am Ende sozusagen im normalen Technobubble auf dem Maschinenraum oder in der realen Welt uns erklärt wird, wird nicht mehr auf den Traum rübergezogen. Das muss man sich im Nachhinein, ja, erklären, dass diese Viecher durch diesen neuen Warp-Kern über die Warpleitung reinkommen, ja, weiß ich nicht. Nee, die werden ja nicht, die werden davon angezogen. Das ist ja die Erklärung für diese Viecher. Ja, also das ist mir klar, aber es wird in der Folge nicht erklärt. Doch, Geordi sagt, das hat, also diese, diese, diese Zuleitung zum Warp-Kern, die neue, die hat die Viecher angezogen in dem Moment, wo der Warp-Kern angeschaltet wurde. Richtig, aber es wird ja nicht mehr gesagt, ach so, und deswegen habe ich davon geträumt. Diesen Schritt machen sie nicht mehr. Okay, ja, ja, gut. Also da ist vom normalen oder nicht ganz so nerdigen, hinterfragenden TNG-Gucker, der da mit Raumschiff-T-Shirt sitzt und alles gesehen hat an 700 Folgen und das einfach, für den das klar ist, wenn du da den Kentucky Fried Chicken-Gucker hast, warum zeigen die mir das? Also das meine ich so ein bisschen, das wäre auch, du hast das bei The Orville so schön gesagt, das wären so drei Sekunden, das wäre so eine kleine Szene noch gewesen. Und vielleicht am Ende, wo Diana und Data Kuchen essen, dass man da gesagt hat, ach komm mal, deswegen habe ich das gesehen und dann wäre einfach, das wäre ein bisschen runder gewesen. Ja, hat mich jetzt aber tatsächlich auch nicht gestört. Nö, gestört. Weil Träume erklären ist sowieso immer so eine Sache, da sind so viele Sachen drin, die eigentlich, was hat denn dieses Telefon zu sagen so und ja. Ja, da ist so viel drin, wo, also das hat mich nicht gestört, ich fand es halt nur, es wäre etwas runder gewesen. Gestört hat mich andere Sachen, da kommen wir aber auch gleich noch zu. Was ich interessant finde, nachdem dieser Traum beendet ist, wacht Data ja auf. Und Data, also er wird ja auseinandergenommen, das macht ja auch Sinn, weil die der Meinung sind, hallo, du machst uns kaputt mit diesem komischen Resonanzton da, den er macht, den wir nachher nochmal weiterbringen. Witzig übrigens, den Kopf, den sie abreißen, den haben wir schon mal gesehen, ne? Wisst ihr das? Der wird wieder verwendet. Und das ist der, den wir in Times Arrow gesehen haben, gefangen im 19. Jahrhundert, nee, Gefahr aus dem 19. Jahrhundert. Ah, okay. Das ist der Kopf. Und ganz spannend, in meinen Recherchen habe ich herausgefunden, dass dieser Kopf nochmal genutzt wird. Ich dachte, das ist Deltas Kopf. Ja, das ist Deltas Kopf. Also das war ja in Times Arrow, ist das ja Deltas Kopf, der auf der Erde aufgetaucht ist und deswegen kommen sie in die Vergangenheit. Und der wird nochmal genutzt als ein Bockdrohnenkopf in Raumschiff Voyager Unimatrix Zero, die Folge oder Doppelfolge. Da liegt er irgendwie auch rum. Das habe ich mir jetzt aber nicht nochmal angeguckt. Wie gesagt, Data wacht auf, nachdem er auseinandergenommen und geköpft worden ist. Und ich finde es irgendwie spannend, dass Data im Bett liegt. Okay, das macht Sinn. Er möchte ja so menschlich wie nur möglich wirken. Aber Data möchte, habe ich gerade gesagt, so menschlich wie möglich wirken. Warum legt er sich denn in Uniform ins Bett? Ja. Gut. Also wenn ich, wenn ich versuche menschlich zu sein, würde ich die Menschen nachahmen, würde ich mir wenigstens Pyjama anziehen. Aber es ist halt mit Uniform da drin. Ja, das wäre ja noch keine richtige künstliche Haut, sondern das ist quasi, das ist dann Äußeres, ja. Der hat halt nur so Bezüge, wie Stofftiere, weißt du. Wenn er den auszieht, dann quillt er, quillt er halt das. Oh Gott, diese Vorstellung. Aber gute Frage, haben wir Data mal in komplett anderen Klamotten gesehen? Sehen wir den irgendwann mal? Ja, wir sehen ihn im Holodeck manchmal, aber das könnte er vielleicht auch einfach über seine Uniform haben, wenn das tatsächlich seine Plüschstierhaut ist. Er hat, also in Teilen sehen wir das ja, wenn er in Star Trek, der Film, wollte ich gerade sagen, First Contact, da schnippelt die Tante, die Baukönig ein bisschen was von der Uniform ab, nicht viel. Und wir sehen ihn definitiv in anderer Klamotte. Oh, ich habe den Namen vergessen. Das ist diese Folge, wo er von diesem komischen, ich glaube, die heißt der Sammler oder so ähnlich, geklaut wird. Ah ja, stimmt, richtig. Da hat er auch irgendwie so eine andere hässliche Klamotte an. Hat Data Nippel? Boah. Boah, Alter, da fragst du jetzt Sachen. Das weiß man nicht, ne? Du kannst ja ja fragen. Vielleicht hast du das gesehen, aber boah. Ich mache ja auch nur so einen periodischen Rewatch inzwischen. Ich glaube nicht, dass wir das gesehen haben. Also, liebe Hörer, wenn ihr wisst, ob Data Nippel hat, weil es in der Serie irgendwann mal zu sehen war, das wüsste ich tatsächlich gerne. Ich glaube nämlich nicht, dass es zu sehen war. Also, ich glaube, ja, er hat welche, weil der soll ja menschlich sein. Es wäre extrem seltsam, wenn er keine hätte. Vor allen Dingen, weil er andere Funktionen, wie wir ja wissen, hat. Ja. Ja, sehr spannend. Also, ich erinnere mich sonst nur daran, dass Data natürlich gelegentlich Anzüge trägt, wenn er zum Beispiel Sherlock Holmes spielt. Mhm. Aber dass er mal, ich habe irgendwie so eine, ja, so eine Art Erinnerung, dass er wirklich mal so einen Schlafanzug mit Zipfelmütze anhat. Aber vielleicht ist das einfach auch nur eine falsche Erinnerung, beziehungsweise irgendein Auftreten von Brent Spiner einfach in irgendeiner anderen Occasion. Ja, irgendwas war da. Ach ja, natürlich, ja, er, 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 er tritt, also Brent Spiner tritt natürlich auch als sein Vater auf, beziehungsweise als sein Vorfahre. Ja. Und da gibt es in der Tat ein Bild, wo er so einen komischen, so eine komische Zipfelmütze auf hat. Ich glaube, das ist das erste Auftreten von No Niem Song, ja. Ja. Sehr schön. Ich bin gerade so ein bisschen geflasht. Ich muss mich auch hier in der Öffentlichkeit nochmal bei Arne bedanken. Es war ja vor kurzer Zeit Black Friday und ich wollte mir einen neuen externen Monitor kaufen, was ich versucht habe. Und ich habe ja nun meinen Technik-Menschen, Arne, den ich mal fragen kann, ist das gut? Nein. Ist das gut? Nein. Ist das gut? Nein. Kauf den. Okay. Habe ich gemacht und es ist irgendwie, habe ich gerade so ein bisschen Pippi in den Augen, wenn ich auf einem neuen Monitor tatsächlich jetzt auch Netflix gucken kann und dann die Enterprise vor einer Starbase sehe in HD-Qualität. Boah ey, vielen Dank. Ich bin einfach nur geflasht. Top. Ja. Super. Auf jeden Fall, jetzt wird es relativ zügig, dass wir einfach Sachen überspringen können. Das ist so ein bisschen, was du ja schon gesagt hast, Picard soll zu diesem Bankett, der hat da keinen Bock drauf, der ist auch genervt und bla bla bla. Das sind alles so Szenen, wo man sich sagt, ja, weiß ich nicht. Es ist relativ viel, habe ich gefühlt, wo sie einfach Zeit mit Tod schlagen wollen. Also ich weiß nicht, warum. Man muss mal dazu sagen, dass der Regisseur, ich glaube, ich versucht hat, das Beste daraus zu machen, aber ich glaube, das, was man ihm gegeben hat, ist undankbar. Also das Buch. Also ich bin der Meinung, Patrick Stewart hat schon deutlich bessere Folgen zur Regie geführt. Die hier ist nicht um die Beste. Aber naja, gut. Also wie gesagt, das sind so ein paar Pseudo-Lach-Momente, wenn Riker hinter seinem Käpt'n hinterher dackelt, wie ein Dackel halt, nur weil Admiral Nakamura da auftaucht, aber bla bla. Ja, und da kann man eigentlich schon in den Maschinenraum springen. Ich mag den Warp-Kern nicht. Nur mal so. Dieses Grün nicht. Grün und Star Trek hat nie Probleme gemacht. Grüne Farbe finde ich jetzt persönlich nach vielen Jahren Star Trek-Erfahrung und ich sehe diesen Grün. Ich weiß nicht, ob die das impliziert haben, aber grüne Farbe ist nie gut. Also da hätte man direkt schon sagen können, das geht schief. Das kann nicht gut sein, wenn der neue Warp-Kern irgendwelche grüne Farbe hat. Also ich beziehe mich da auf die Bauch. Ich finde das ja spannend, dass wir das hier sehen. Also in meiner Erinnerung hat es in der kompletten Serie TNG am Schiff null Änderung gegeben. Deswegen bin ich gerade so ein bisschen aufgeweckt, weil das ist ja eine sehr kurze Phase, wo diese Enterprise hier existiert. Weil die wird ja kurze Zeit später dann auch kaputt gefahren. Und sie kommt ja erst ins Leben in dem Moment, wo wir die erste Folge hier sehen von TNG. Und ich finde es spannend, dass wir das komplette Schiff die ganze Zeit übersehen im Grunde. Und quasi so das Leben des Schiffes komplett mitverfolgen. Und ich habe immer gedacht, da ändert sich überhaupt nichts an dem Schiff. Aber hier dieser neue Warp-Kern. Also manche Dinge, manche Dinge ändern sich dann halt doch. Also auch die Sternenkarten-Lounge, die ja dann in Generations dazu kommt, die gab es ja vorher offenbar auch nicht. Sonst hätten wir die ja irgendwo gesehen. Also wahrscheinlich haben sie da irgendwo zwei, drei Quartiere aus dem Schiff rausgekratzt und dann diesen Sternenraum da reingebaut. Ja, finde ich spannend, weil die, also wir wissen ja von anderen Schiffen, die sind mehrere hundert Jahre irgendwie unterwegs. Also es fliegen ja auch hier immer noch irgendwelche Schiffe aus der Kirk-Zeit rum. Also wir dürfen nicht vergessen, obwohl ich habe nochmal gerade schnell nachgeguckt, du hast recht. Also sie wird tatsächlich kurz nach dieser Staffel, also nur ein Jahr danach zerstört. Also nicht nur vom reinen Drehen her ist das direkt hintereinander gewesen, sondern auch rein zeitlich. Aber sie ist, glaube ich, ein oder zwei Jahre älter sogar. Also PK übernimmt sie, da ist sie offiziell in Dienst, aber da ist sie, glaube ich, schon anderthalb Jahre fertiggestellt und mit Testphasen hast du nicht gesehen. Du hast da so ein schönes, großes, schwarzes Buch. Da ist sogar der Kapitän benannt, der die rumfliegt und so. Also da, das ist minimal. Ja, ich kann es jetzt, ja, ja, genau. Also ich konnte es grob erahnen, ich habe das bei mir auf dem Nachttisch liegen. Das ist aber nur minimal. Also das würde in der Realität auch sein, wenn gerade auch Kriegsschiffe hergestellt werden. Die sind ewig eigentlich schon fertig und dann werden die ja ProBlock gemacht und getan und bla bla bla. Aber ich glaube im Großen und Ganzen sind sie maximal neun oder zehn Jahre alt geworden. Und du hast recht, wenn wir uns im Gegensatz zum Beispiel die Excelsior-Klasse angucken, die bei, wie heißt es, der TOS-Besatzung. Und ich glaube, in einem der Filme vier, müsste ich jetzt lügen, als was total Hippes und Neues dahingestellt worden ist. Und Scotty, die mal eben so außer Kraft setzen kann, also mit irgendwie irgendwas kurz ausbauen. Und jetzt über 100 Jahre immer noch fliegt, weil es gibt ja diesen Super-Shot, wo eine Excelsior-Klasse direkt neben der Enterprise liegt. Die fliegen noch immer, ja. Es war tatsächlich so geplant, aber ja, danke an die Schwestern. Ducat waren es nicht, wie hießen sie noch? Blois-en-Betor. Blois-en-Betor halten sie auf jeden Fall. Ich halte nicht mehr die Familien. Joa. Gut. Sehr schade. Auf jeden Fall, ja. Da ist doch gelegentlich mal kleine Veränderungen. Aber hauptsächlich, glaube ich, wenn wir in verschiedene Zeitlinien gehen, dann wird da mal irgendwie die Stühle vom ersten Offizier und von der Counselor, die man sowieso in anderen Zeiten nicht braucht, weggenommen. Und dann sitzt er ein bisschen höher, tiefer. Ja. Nee, aber das war tatsächlich ganz spannend. Aber wie gesagt, also für mich als Grün-Bock-Kenner habe ich gesagt, das kann nicht gut sein. Das weiß ich nicht, ob das früher auch der Fall war. Ja, auf jeden Fall klappt das alles nicht, der neue Warp-Cam. Und Geordi ist total irritiert. Aber er hat ja einen ganz lieben Käpt'n, weil der auch keinen Bock hat in irgendwie großartig diesem komischen Admirals-Bankett. Kann ich übrigens nur nachempfinden. Ich musste sowas auch mal, so etwas beitreten und mitmachen. Sehr langweilig. Dass der sagt, nee, nee, lass dir die Zeit, mach mal heil. Dann passt er schon, komme ich ein bisschen später, das läuft schon. Und dann treibt er die Anker-Price. Ich finde das so spannend, dieser Moment, wo Picard und Riker darüber reden, über dieses Bankett. Da stehen die sich wieder unglaublich nah. Also Picard sitzt dann irgendwann auf seinem Stuhl und Riker kaut ihm quasi am Ohr. Und dann unterhalten die sich. Und das ist so eigenartig, wenn du dir das heutzutage vorstellst, dass diese beiden offiziellen Leute da quasi irgendwie auf minus vier Zentimeter Entfernung aneinandersetzen. Das sieht so merkwürdig aus. Ich suche gerade mal die genaue Szene. Das ist während des Vorspanns noch, so Minute vier. Da kuscheln die sich Schulter an Schulter und unterhalten sich. Das ist so eigenartig. 4, 0, 5 oder so ähnlich, ja. Das ist so eigenartig. Das passiert halt ständig. Die haben unglaublich viel Platz auf dieser Riesenbrücke. Und trotzdem stehen die immer direkt in Berührung aneinander, die beiden. Das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt. Also warum dackelt der immer wirklich hinter ihm her wie so ein Schoßhündchen? Also sonst ist das ja auch schon ein bisschen irritiert. Rose before Girlfriends, ne? Ja, ich glaube da ist so ein bisschen, zu diesem Zeitpunkt hatte der Schüler, Riker, also einfach ein bisschen mehr, ja, der braucht ein bisschen mehr Nähe von seinem Mentor. Ja, dann haben wir Datas Einschlagszene, was ich ganz niedlich finde. Also sie fängt süß an, weil Data mit seiner Katze interagiert. Ich mag Spot sehen, ich mag auch Spot. Ja, ich auch. Und dann kommt halt die Jena rein. Super. Und macht diese schöne Szene kaputt zwischen den beiden. Aber okay. Wenigstens hat sie eine Uniform an und versucht da ein bisschen mit Data zu sprechen. So Mensch, ja, Träume, total toll, mach mal. Und musst du erforschen, selbst wenn du Probleme mit deinen Träumen gehabt hast. Das ist alles gar kein Problem. Ja, und dann wollen wir uns das antesten. Und jetzt kommt etwas, was mir sehr gefallen hat, nachdem Data seine Katze vom Bett getreten hat. Und Mensch. Kommt dieses absolute Meme, das man immer wieder kennt, Data, der die Arme zur Seite streckt und gehend und sich zu schlafen legt. Also ich glaube, das ist eins der zwei oder drei Star Trek Memes, das jeder schon mal gesehen hat. Dieses Schlafen legen oder was? Ja, dieses Schlafen legen. Und dann legt er sich hinten. Das habe ich ganz häufig auch in GIFs schon gesehen. Ja, jetzt sind wir in seinem Traum. Ich finde das so schön. Moment, kurz bevor wir in diesen Traum gehen, sagt der Computer Dim Lites. Und das war damals wahnsinnig Science Fiction und ist heutzutage einfach auch Standard. Jeder kann, wenn er will, irgendwie 60 Euro ausgeben und dann anschließend irgendeinem Sprachapparat sagen, hey, mach mal das Licht aus. Und dann funktioniert das. Also so hat uns die Science Fiction eingeholt. Das finde ich total fantastisch. Also das ist ja auch einer der Gründe, warum ich diese Serie so gerne geguckt habe, dass da halt Dinge gezeigt wurden, wo ich immer träumte, dass das irgendwann funktionieren würde. Und jetzt gibt es halt zumindest das fernsteuerbare Licht. Naja, du musst mal denken, die Pads sind ja auch schon vor über zehn Jahren Realität geworden. Na klar, es sind halt viele Sachen so. Aber ich freue mich da einfach so. Ich glaube, das ist auch ein Stück weit, weswegen wir einfach diese moderneren Takes wie Discovery und eigentlich leider dadurch auch ein bisschen Picard nicht so gut gefallen. Ich habe vielleicht noch ein bisschen anders dargestellt. Das ist halt wirklich früher in den Serien. Das ist ja auch TOS und End und Voyager. Da haben sie immer ein Team gehabt, das sich quasi Gedanken darüber macht, was ist sozusagen Breakthrough Technology. Was kommt jetzt demnächst oder was könnte demnächst mal kommen? Ja, also mit TOS ist es ja so, dass es da erstmals so einen Drucker gibt. Aus heutiger Sicht denkt man natürlich, was ist das denn jetzt? Aber das war damals Technologie, die es noch nicht gab. Und der Nadeldrucker kam erst ein paar Jahre später raus, der erste. Und von Tintenstrahldruckern, was wir heute haben, ganz zu schweigen. Und da sehe ich tatsächlich nicht mehr so viel. Ja, da gibt es jetzt und da wird vor allem nicht mehr so drüber geredet. Also früher gab es doch immer noch so ein paar kleine Szenen, wo dann immer darüber gesprochen wurde, zumindest einmal, was diese Technologie denn bedeutet. Und ja, weiß ich nicht, da sehe ich halt irgendwie nicht mehr so richtig Dinge, wo ich denke, ja krass, das hätte ich auch gerne mal. Oder da würde ich mich vielleicht, wenn ich Zeit genug und Geld genug und schlau genug wäre, mich hinsetzen und das nachbauen oder das mal realisieren. Also ich meine, außer den Warp-Antrieb, aber das ist halt schwierig. Dazu gab es übrigens tatsächlich in den News, das hätte ich vorhin vielleicht sagen sollen. Aber es gibt tatsächlich ja dieses theoretische Konzept des IQBR Drives, weil es sich überlegt, wie denn so ein Warp-Antrieb, so eine Warp-Blase tatsächlich aussehen könnte. Und es hat sich jetzt mal ein Team hingesetzt und das mathematisch ein bisschen stärker ausgearbeitet. Und das Ergebnis ist leider immer noch, dass es wahrscheinlich nicht funktioniert, aber immerhin ist die Mathematik jetzt ein bisschen mehr ausgearbeitet. Insofern wird das so bewertet, dass man sich daran zumindest jetzt mal abarbeiten kann, um zu schauen, was denn vielleicht alternativ mal gehen könnte. Ja. Ja. Genau, das finde ich halt ein bisschen schade und das war in TNG auf jeden Fall noch deutlich anders, dass man... Ja, ja, das ist richtig. Genau, das mit den Sprachcomputern, das ist genau, was du gesagt hast. Das kann jetzt praktisch jeder zu Hause haben. Vielleicht nur nicht mit genau dem Funktionsspektrum, aber es geht schon ganz schön weit, finde ich. Ja. Und das ist halt auch so blöde, weil in den neueren Star Trek-Serien, in fast allen neueren Science-Fiction-Serien, da werden halt grundsätzlich andere Technologiemöglichkeiten vorausgesetzt. Also diese programmierbare Materie. Ich meine, klar, die ist total cool. Gibt es halt bei Discovery jetzt überall, so im 32. Jahrhundert. Gibt es halt einfach nicht. Kannst du dich nicht hinsetzen, das nachbauen. Also so ein Drucker ist halt irgendwie Mechanik. Das konnte man sich vorstellen. Oder auch hier so eine Spracherkennung, das ist halt irgendwie Mechanik. Das kannst du dir vorstellen, das kannst du auch nachbauen. Aber programmierbare Materie ist einfach aus heutiger Sicht Quatsch. So, das funktioniert halt nicht. Oder irgendwelche Displays, die in der Gegend rumfliegen und am Körper dranhängen und sich dann bewegen, weil die einfach nur in die Gegend projiziert sind. Ja, könntest du dir theoretisch auch vorstellen, aber willst du das wirklich benutzen? Und das ist halt der große Punkt. Also da sind halt viele Sachen, die ich einfach auch nicht benutzen wollen würde. Keine Ahnung. Vielleicht ist es bei diesen komischen, diesen virtuellen Displays okay. Programmierbare Materie. Ich meine, das ist ja, also das wird ja leider nicht erläutert, aber das ist so ein Konzept von Robert Freitas, das sich über Nanomaschinen schon in den 90ern viel oder sogar vielleicht schon früher beschäftigt hat. Da gibt es auch Bücher zu. Aber ich glaube auch, dass das noch weit oder höchstwahrscheinlich auch in einer Zukunft ist, die wir so in der Form nicht erleben werden. Also befürchte ich oder nehme ich mal an und auch an der Stelle frage ich mich halt so, hätte man dann nicht auch andere Dinge nehmen können? Ja, also naja. Ja, also ich glaube, damals war man noch irgendwie so ein bisschen frischer, also in den 90ern, was Ideen für die Zukunft anging und auch offener, weil das einfach eine andere Zeit war. Heute geht es nur darum, wie wirkt es auf die Zuschauer? Und ich glaube, das war denen damals einfach egal. Die basteln da irgendwie ein cooles Pad irgendwie zusammengeklebt. Und wenn man sich überlegt, achtet mal so ein bisschen auf die L-Cars, also die Bedienelemente vom Helms oder vom Navigator, also die beiden Displaytische vorne auf der Brücke der Enterprise. Da blättern schon halbwegs diese Aufkleber mit den L-Cars ab, weil die einfach nicht verändert worden sind. Das sind noch genau die gleichen wie in der ersten Staffel und das sind jetzt über sieben Jahre, die da raufkleben. Das war denen egal, aber die haben einfach gesagt, das ist was Cooles, das ist Neues und wie gesagt, darauf basieren unsere Tablets heutzutage. Und heute, es muss halt fancy sein und es muss holographisch und irgendwie und beweglich in Materie und bla bla bla, wo du sagst so, ja, warum machen die das? Natürlich auch so ein bisschen, wir müssen Science Fiction darstellen, aber da ist schon das Wort, wir müssen. Es geht darum, dass es nur um Zuschauerzahlen geht, es geht nur um Gelder. Also da ist nicht mehr dieser Geist, der damals drin war, wie to go boldly where no one has gone before. Ich glaube, das war nicht nur der Spruch für die Serie, sondern auch für die, die es gemacht haben. Und heute geht es wirklich nur darum, wir müssen Einschaltquoten machen, es muss gut sein und wir müssen natürlich auch noch jedem gefallen. Müssen, 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 müssen. Apropos heute geht es um, vielleicht sollten wir doch mal zurück zu TNG kommen, bevor wir zum Discovery Run Podcast werden. Ja, das ist klar, ja. Ich glaube, ich würde auch nur noch einmal einen Kommentar noch, also ich finde programmierbare Materie und holographische Displays sogar noch einigermaßen okay. Also für mich war eigentlich wirklich das Schlimmste dieser Mycelium-Krimskrams da, ja, weil das ist aus meiner Sicht so JWD, das hat so gar nichts mit irgendwas zu tun. Und das, ja, und da auf der, in der Kategorie gab es ja noch einige Sachen und das hat mich persönlich eigentlich mehr gestört als die Dinge, die man, wo man sagen kann, naja, da hat zumindest mal irgendjemand schon mal drüber nachgedacht, ne? Weil ich sag mal, wir finden zwar jetzt vielleicht programmierbare Materie total Banane, aber wer weiß, wie Leute in den 90er Jahren, die jetzt sich nicht mehr Science-Fiction beschäftigen, Tablets beurteilt hätten, ja. Ja, klar. Okay, gut. Gut. Wir gehen in den Traum, der wieder total irre ist und auch da wieder, also jetzt, es stört mich nicht, aber es sind halt Sachen, die da sind, die schon vorgreifen. Also wie ein Traum halt auch ist. Ein Traum ist schwer zu erklären, warum zerschnibbelt Data Diana da, die da als Kuchen liegt. Und, also, da ist ganz viel, was man da rein interpretieren kann, höchstwahrscheinlich, weil die Cruel Enterprise E tatsächlich gerade schon Nahrung für diese kleinen Nupsis da sind, die an den Runden kleben. Genau, das sagt ja Picard später auch. Genau. Also sowohl diese Münde als auch der Kuchen sind ja irgendwie Essen. Genau, und Data schnabbelt sich hier schon, weil er im Nachhinein ja auch versucht, dieses Ding rauszuschneiden. Also es ist schon da, aber es ist halt sehr wirr. Ja, und dann passiert etwas, was noch nie passiert ist. Data verschläft. Data verschläft. Und in seinem Raum stehen einfach drei Menschen. Also wenn ich verschlafe und es würden drei Leute vor mir stehen, ohne mich irgendwie eins oder so Hallo aufwachen, ich glaube, ich würde mich erschrecken. Gott sei Dank ist er ein Androide, erschreckt sich nicht. Und ja, das ist ja komisch. Also ich kann eigentlich gar nicht verschlafen haben. Irgendwas stimmt hier nicht. Hm. Das ist witzig. Ich habe mich im ersten Moment gewundert, warum er weiß, wie spät es ist, obwohl er auf gar keine Uhr guckt. Aber er ist halt ein Computer. Natürlich weiß er, wie spät es ist. Hm, ich hätte wohl 35 Minuten geweckt werden sollen. Das finde ich irgendwie charmant. Also andersrum wirft es natürlich wieder die Frage auf, weil Geordi sagt dann hinterher so, ja, es kann ja sein, dass nun den Zug irgendwie für dich vorgesehen hat, dass du ab und zu verschläfst, weil menschliche Erfahrung und so. Was alles wissen sie denn bitte über Data nicht und er ist eine Funktion, also eine echte Maschine und sie haben nun den Zug getroffen. Also ich meine, sie hätten ja irgendwie fragen können, was gibt es da vielleicht irgendwelche versteckten Funktionen, sodass er in einem Holodeck mal einfach irgendwie dir ein Messer in die Schulter rammt oder so. Und dann sagt nun den Zug, ja, nee, das verrate ich euch nicht. Was ich so finde, in sieben Jahren vorher, jedes Mal, wenn er irgendwie nur halbwegs irgendwas falsch ausgesprochen hat, wurde gleich eine Level 18 Service Diagnosen Analyse gemacht. Und hier einmal so kurz rüberfunkt, biep, 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 nö, ach, weißt du was, wahrscheinlich ist das nichts und ist das so gewollt, du sollst auch mal verschlafen wie jeder richtige Junge, ne, Pinocchio. Oh, ey, also wenn man sich überlegt, was da noch gleich draus wird, ne, und wir haben es ja schon gesagt und ihr habt ja auch die Folge gesehen, also er greift der DNA an, also das heißt, das greift der wirklich in seine Taten in der Realität ein. Finde ich das irre, dass man so eine oberflächliche Tune-Up-Analyse von Data macht und dann, ja, ja, geh mal und stich mal die DNA ab, die ist eh genervt. Ja, ich weiß auch nicht, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Also auf der einen Seite denke ich, naja, wenn man jetzt sagt, okay, man hat jetzt zum Androiden so ein Traumprogramm eingepflanzt, dann finde ich die Idee, die Interpretation, dass das dann analog zu dem funktioniert, wie bei Menschen, das finde ich schon eine okaye Erklärung. Aber dass das halt so weird war wie bei ihm, da denke ich halt auch, da hätte man, also das ist ja, das ist generell so eine Sache in Star Trek. Ich meine, das ist so das, was wir aus heutiger Sicht, glaube ich, auch am seltsamsten finden. Es ist aus heutiger Sicht einfach klar, wenn du so einen öffentlichen Raum hättest, was die Enterprise ja irgendwie trotzdem ist, dann würdest du wahrscheinlich, ähm, du hättest einfach Kameras auf den Gängen. Ja. Genau. Warum müssen da erst Worf und Riker zufällig in diesen Turbolift kommen, damit es dann erkannt wird? Das ist doch total absurd. Es ist wirklich total absurd. Und ich denke auch, man könnte jetzt ja aus verschiedensten Gründen einfach sagen, hey, wenn jemand aus der Crew Fehlfunktionen aufweist, beziehungsweise sich irgendwie krank oder zappelig gezeigt hat, ja gut, dann wird einfach mal die, ich sag mal, die Priorität der Überwachung mal kurzzeitig ein bisschen erhöht. Ja, dann kann man sagen, hey, dieser Data, ich meine, der Typ ist nun mal einfach eine Blackbox, eine Blackbox-Technology. Also da würde ich einfach sagen, da schaut man dann einfach mal eine Weile hin und guckt, läuft das jetzt alles glatt oder nicht? Also einfach auch aus Schutz für den, weil ich meine, statt dass da jemanden angreift, hätte es ja auch sein können, dass seine Software verrückt spielt und dann liegt er sabbernd am Boden und wer weiß, ob jemand den dann nochmal wieder zusammengeflickt bekommt. Ja, also das ist so. Aber gut, okay, das ist wie gesagt ja so ein Thema, das, sagen wir mal, aus heutiger Sicht, wo wir sozusagen mit den Themen globale Bewachung und, ich weiß nicht, Indoor-Kameras für 20 Euro bei Amazon, das kann halt heute keiner mehr nachvollziehen. Und damals ist das aber eben so ein Thema, das immer wieder mal auftrat, auftritt und ja, whatever. Ich meine, so ist es nun mal, aber ich finde es auf jeden Fall auch höchst fragwürdig, warum man dadurch zumindest sagt, hey, Data, lass es mal ruhig angehen. Und wir machen jetzt mal ein bisschen was mit dir zusammen, spätestens nachdem er ja auch diese, diese, diese Tag oder diese, diese Träume auf der, auf der, auf der, auf dem Maschinendeck hat, hatte, ne? Das ist ja noch bevor der Troy angreift, glaube ich. Ja, 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 also ich meine, schon alleine seine Selbstanalyse, Diagnose funktioniert ja nicht, weil er redet nicht mit Jena Troy über seine Träume, was der logische Schritt wäre, sondern er redet natürlich mit einem anderen Computerprogramm. Und das ist in diesem Fall Dr. Freud auf dem, auf dem Holodeck. Das ist einfach völlig absurd. Ein simulierter Freud, das ist wirklich absurd, ja. Vor allem, ja, ich meine, ich finde es ja auch ganz witzig, dass sie mal, dass sie die Absurdität ja auch so ein bisschen darstellen, so nach dem Motto, hey, ja, ich bin halt ein Roboter, ich habe halt keine, keine sexuellen Fantasien und ich habe halt keine Mutter. Kein Vater, ja, das ist alles absurd. Also, so und so, diese, 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 diese Zusammenfassung von Dr. Freuds Analysen, die fand ich auch sehr charmant in dieser Szene. Also, so. Genau, Impotenz auch noch. Na klar, das ist ja total logisch, weil du hast ja einfach, du willst deine Mutter haben und du willst ja auch Dianna Troy haben, weil es ist ja sexuelle Lust und so hier und hier und da und was Impotenz, das erklärt, warum du deinen Vater nicht magst. Ja, und das ist wohl das, was Freud, das ist wohl das, was Freud immer gesagt hat, aber. Ja, das ist dieses Klischee, ne, ja. Ja, ja. Ja, sehr witzig, ja. Ja, genau. Mein Problem mit Freud ist letztendlich, dass, ja, das ist ein Stereotype von ihm. Total, ja. Aber ich finde ihn auch unheimlich schlecht gespielt, tut mir leid, also ich mag diese Figur nicht. Das ist, boah, ich weiß gar nicht, wie ich darauf reagieren soll. Also, ich finde es unheimlich schwierig, dass Data auf dieses Holodeck geht, anstatt, also mit einer Figur spricht, von der selbst Anfang der 90er schon klar war, ja, Freud war okay, aber Freud hat ganz, ganz viel nicht zu Ende gedacht und falsch gedacht. Und eigentlich muss Freud komplett überdacht und überarbeitet werden. Es ist nicht so einfach, dass es nur das Er, das Ich, das Es und das, äh, ich weiß gar nicht mehr, was das dritte war. Über Ich. Das Über Ich, genau. Ähm, es hat nicht alles nur mit Vicky Vicky zu tun, ähm, man darf auch nicht vergessen, dass dieser Mann ein schweres Kokainproblem hatte. Und für den Frauen... Das erklärt alles. Ja, ich, ich würde halt auch sagen, es ist einfach schon eine Zeit, in der diese, diese sexuelle Unterdrückung natürlich gesellschaftlich schon ein irres Thema war. Also, äh, das ist ja ganz anders als heute. Also, damals waren ja wirklich viele, also für Männer waren emotionale Äußerungen außer Wut quasi gar nicht, äh, legal. Und, äh, Frauen sind im Grunde aufgrund ihrer, zumindest das ist eine Theorie, ne, aufgrund dieser emotionalen Unterdrückung. Deswegen gibt es Hysterie auch heute nicht mehr als Krankheitsbild. Das ist also so ein lokalisiertes, äh, Ding, was es irgendwie in der, äh, Vergangenheit wohl nur gegeben hat. Und das ist einfach wirklich diese, diese, ich sag mal in Anführungsstrichen pathologische Gesellschaft, ne. Und in dem Kontext, er stellt jetzt, äh, freut seine Analyse, äh, seine Theorie und hält natürlich seine gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen er sich befindet, die aus unserer Sicht hochartifiziell, also hochkünstlich sind. Da stellt er jetzt irgendwelche, äh, Sätze auf, die er dann für normal und für allgemein anwendbar hält. Und das ist halt einfach Blödsinn. Ja. Ja, in der Tat. Ja. Also, ich hab, ähm, sagen wir mal so, schon als kleiner Spoiler, diese Szene wird nochmal. Mal bei mir auftauchen. Ich find die unheimlich schwierig, schon allein. Das mag bestimmt ein ganz netter Mensch sein, aber ich mag aber auch den Schauspieler nicht. Das ist, den fand ich auch nicht gut, ja. Nicht so meins. Aber gut, es ist nun mal so, wie es ist. Ja, wie gesagt, die ganze Szene ist einfach, naja, fragwürdig. Ja. Jetzt trotzdem, ich, also witzig fand ich sie wie schon, ja. Ich fand's also, wie gesagt, auch so ne, auch so ne, ja, ich weiß nicht, seltsam, harte und feise, aber ich hätte jetzt auch, sagen wir mal so, aus, aus, äh, Gründen der, äh, der Vernunft hätte ich ja jetzt auch erst mal erwartet, dass er sich nicht irgendeinem, ich sag mal so, auch schon aus heutiger Sicht ist es ja so, wenn man jetzt psychologische Beratung suchen würde, dann würde man ja jetzt nicht irgendwie, äh, ich sag mal Freud im Original, äh, sich irgendwie anschauen, oder du findest auch keinen Psychiater, Psychologen, der sagt, ich berufe mich jetzt in der Tat auf Dinge, äh, nur auf Dinge mehr oder weniger, die jetzt Freud gemacht und gedacht hätte, sondern es gibt natürlich seit den, äh, 70, 80 Jahren, die es jetzt Psychoanalyse gibt und, äh, Gesprächspsychotherapie, und hast du nicht gesehen, ja, einige Fortentwicklungen, also das ist halt totaler Amor, dass, äh, dass, äh, dass, dass, dass er nicht sich, sich zumindest jemanden, der meinetwegen in den 90er Jahren schon moderner war, dann halt als Gesprächspartner sucht, sondern halt wirklich zum historischen Freud geht, also, oder, und geschweige denn eben zu Diana, ne, oder meinetwegen auch zu Geordi, weil er sagt, naja, das ist vielleicht eher ein ingenieurwissenschaftliches Problem, also, naja, whatever. Ja, in der Tat. Aber ich glaube, dann, äh, lass uns auch erst mal weitergehen. So ist es. Gut, wir verlassen das Holodeck, ähm, die Problematik mit dem, äh, Bankett bleibt weiter, Nakamura ist genervt, Picard ist so langsam unter Zugzwang. Ich fand das nett, dass wir Nakamura hier nochmal wieder sehen, also, der taucht ja irgendwie immer mal wieder in so winzigen Rollen auf, wie hier jetzt gerade. Ich glaube, er taucht dreimal auf. Ja, genau. Vielleicht im Sinne. Aber er kommt mir halt irgendwie bekannt vor in dem Moment, wo wir ihn hier sehen, so. Das ist, also, es ist halt nicht irgendeiner. Ich glaube, er kommt am Ende nochmal vor. Ja. Ganz am Ende in, in, äh, gestern, heute, übermorgen, wollte ich gerade sagen, gestern, heute, morgen taucht er nochmal auf. Ja. Und, ähm, dann fällt uns halt auf, dass der Warp-Antrieb noch immer kaputt ist. Ja. Ja. Ähm, ähm, wie heißt er? Ja. Der liebe Geordi hat immer noch immer Zeit, aber jetzt so ein bisschen, äh, weniger, also, jetzt ist Picard schon so ein bisschen genervt haben. Ja, wie muss er. Du, sag mal, der Warp-Kern leuchtet hier in dieser Szene, wo Geordi und Data da sitzen, leuchtet der doch blau, oder täuscht mich das? Ich prüfe, ja. Weil der, also, bei, was haben wir hier, Minute 19, 5 oder so. Wenn, also 19, 5. Nee, warte. Nein. Also, weil die sitzen da dem Warp-Kern gegenüber und werden halt blau angestrahlt. Nee, da ist ein grüner, wenn du mal so auf, äh, unbedingt, um, 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 1940 gehst, da siehst du eine Spiegelung, die grün ist. Ach, da, ja, okay, okay, alles klar. Direkt neben Geordis Kopf. also das müsste immer noch hoffentlich da die Kontinuität gewahrt. Ja, auf jeden Fall, es wird versucht und hast du nicht gesehen und Geordys Schwarm schwärmt da rum und ja, jetzt fängt Data an, tatsächlich auch Tagträume zu entwickeln. Er sieht das erste Mal irgendeinen komischen Mund im Geordys Hals. Ich finde das auch so bekloppt, dieses Gerät, was er in die Hand nimmt, da habe ich sofort gedacht, na klar, das ist das Messer, mit dem er diesen Kuchen angeschnitten hat. So, warum hat er jetzt dieses Messer? Träumt er das, dass es dieses Messer ist oder was? Und dann soll das wirklich so ein technisches Element sein, was so ähnlich aussieht wie dieses Messer. Da habe ich gedacht, Alter, das ist aber auch sowas von weit hergeholt. Bei all diesen ganzen Laser wie heißt das? Traktorstrahl super technisch geilen Sachen und dann kommt er damit, also das ist ja nicht mal ein Schraubenschlüssel, ne? Ja. Also, wenn man sich die später an Deep Space Nine, die ganzen Werkzeuge von von Miles O'Brien anguckt, da ist nicht so ein Ding dabei. Also, fand ich auch so ein bisschen vorhin, ich meine, was will er damit festhalten, mit diesen drei Dingern? Es gibt ja auch nichts, was dagegen hält, aber mein Gott. Es soll die Geschichte weiterbringen. Ja. Data guckt das Messer auch total irritiert an und jetzt sagst du auch Messer, das ist halt irgend so ein technisches Werkzeug, ne? Mit Blink, Blink und Reparierding und so. Nein, das ist ein Messer. Das ist halt ein Messer, ja. Was mich hier massiv irritiert, das ist nicht, dass das jetzt in einen Traum übergeht und Riker da mit seinem Strohhalm in der Birne rumsteht, nein, mich irritiert das Data als hochintelligentes Wesen in der ersten Sekunde, wo er noch in Anführungsstrichen Realität ist, also wo er Geordi noch sieht, also gehen wir mal davon aus, dass das so ein Übergang ins Träumen ist, dass er da nicht sagt, Hilfe, 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 sondern schon mal weggeht. Gott sei Dank hat er hier Diana noch nicht abgestochen, heißt das Wort. Ja, aber gut. Data ist also ein bisschen irre und was passiert, anstatt, dass man ihn halb auseinander nimmt und jede Menge Kabel in ihn reinsteckt, um den Fehler zu zu schicken, was macht man? Zur zweiten Kompetenzbestie des Raumschiffs schicken, nämlich zur Diana, Gott sei Dank nicht zu Beverly. Ich finde das ja gut, dass es eine Therapeuten an Bord gibt, aber mal echt Jungs und Mädels, also das ist ein Androide und der hat gerade im täglichen Gebrauch hat er a. einen Mund an Geordis Hals gesehen, b. läuft er noch immer mit diesem Messer rum oder diesem technischen Werkzeug und diskutiert jetzt sein technisches Problem, weil das ist ein Traumprogramm, es ist ein technisches Problem und geht oder wird zu Diana geschickt. Ich finde es ja und sie, ja es könnte so sein und ich glaube wir sollten uns mal häufiger sehen. Vor allem sagt sie, ja könnte so sein und naja eigentlich wissen wir es ja gar nicht. Ha 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 ha. Ja. Was ich spannend finde, kurz bevor wir diese Szene haben mit Diana, er greift ja dann das Telefon in seinem Bauch und in diesem Telefon hört er die Stimme von Dr. Freud und wir gehen davon aus, dass Dr. Freud hier der Böse ist, der Data sagt, dass er sie alle umbringen muss und mit alle nehmen wir an, dass er die Crew meint, weil das ja offensichtlich gerade der Punkt ist und letztlich ist ja der Twist in dieser Folge, dass Dr. Freud der Gute ist, der ihm sagt, er soll die anderen Viecher alle umbringen. Das finde ich tatsächlich ganz charmant in dieser Folge, dass hier mit diesem Psychologe ist böse, Psychologe ist gut Ding quasi gespielt wird. Das stimmt. Das ist echt ganz niedlich. Ja, Data-Solentherapie und das sollte die Enterprise auch. Sehr schönes Bild, wie eine außer Gefecht gesetzte Enterprise im Weltraum fliegt. Das sehen wir auch selten, ne? Ja, das sieht man wirklich selten, aber ich finde das auch wirklich schön gemacht. Also die Hälfte der Lichter, die aus sind, das ist echt schon ganz cool. Gerade auch, nee, wie heißt es? Ten Forward ist noch beleuchtet. Sehr gut. Nein, auf jeden Fall drumherum tatsächlich mal so ein bisschen die Nakamura-Story. Tatsächlich, PK kommt unter Druck. Also jetzt ist so, selbst für PK so, verdammt, ich muss da hin und jetzt kann ich das nicht mehr machen und ich finde es eigentlich ganz niedlich, wie er Geordi denn auf den Sack geht. Ich finde das ganz schön, dass er zum ersten Mal seine Inkompetenz quasi vorgehalten bekommt. So, hey, du hast gesagt, du bist irgendwann dann da, wie sieht es denn jetzt aus? Sollen wir dir einen Rettungstrupp schicken oder so? Und PK sagt, nein, nein, das kriegen wir jetzt hin. Also wirklich gar kein Problem. Und letztlich kriegt das dann nicht hin. Also im Gesamtkontext dieser Folge ist PK einfach ein Horst. Ohne Horst jetzt als Beleidigung. Es ist ja Gott sei Dank nicht ganz so häufig. Also sonst ist unser Käpt'n ja immer derjenige, der ganz plötzlich eine neue Sprache kann oder irgendwelche Sachen kann oder irgendwie Superbotaniker ist oder whatever. Er kann ja, aber hier ist er tatsächlich mal, es passt einfach gut rein, dass er der hilflose Käpt'n ist und der, ja, Jungs, er macht das schon. Und wie gesagt, also mir gefällt diese Folge ganz gerne, wo Geordi so ein bisschen im Prinzip mit den Augen rollt und sagt, verzieh dich Käpt'n, du gehst mir auf den Sack und du hilfst mir nicht und seine Flamme den Käpt'n halt mitnimmt. Ach, können Sie uns nicht helfen? Und er, ja, das kann ich. Ich fand's, das wirklich fand ich auch schön umgesetzt. Ja, wenn das nicht unter ihrem Niveau ist, also, nee, 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 das mache ich jetzt hier irgendwelche Leitung ausschaben oder was da sein. Also sehr politisch korrekt, hat sie echt gut gemacht. Ja. Toll. Ja, dann kommt die, Ich frage mich ja, also an dieser Szene, da ist ja in dieser, in dieser ganzen Techtel-Mächtel-Geschichte und diesem, dieser Verehrerin-Sache ist ja wenig Plot drin. Und ich frage mich, ob sie tatsächlich bewusst an dieser Stelle Geordi retten will oder ob das Zufall ist. Nee, nee. Die will ihn retten. Die ist, das wird ja auch, da sind wir ja schnell rübergegangen oder haben's gar nicht erst gesagt. Also das sagt Delta ja auch, Mensch, die finde ich aber toll und Geordi so, ja, vielleicht ein bisschen zu mehr. Also die soll schon so dargestellt sein, dass die Geordi ganz toll findet und ihn hier auch wirklich rettet, weil er einfach durch, durch den Käpt'n ja abgehalten wird. Ja. Vernünftig zu arbeiten. Ähm. Und dann finde ich cool, wie dieser, die komplette, die komplette Atmosphäre dieser Szenerie wechselt, weil, ne, der Käpt'n geht jetzt gerade weg, es ist ja alles total schön hier, Rob Kern ist direkt vor, und Geordi dreht sich um, Data ist weg. Die Musik wechselt, Diana läuft durch diesen einsamen Gang, sie fühlt sich irgendwie beobachtet. Plötzlich ist das Ding ein Horrorfilm, das ist total eigenartig. Ich find das ziemlich witzig, ehrlich gesagt. Und, also, ne, ich meine, warum, warum hat Diana plötzlich das Gefühl, sie wird verfolgt, wenn es passiert irgendwas? Also ja, sie ist sympathisch, aber, ne, ich meine, sie kann ja auch keine, keine ausfallenden Toaster vorausahnen, so. Und das ist ja im Grunde das, was Data jetzt gerade macht, also. Das ist bestimmt das Traumprogramm, deswegen kann sie es ahnen, weil er irgendwas ausstrahlt oder so. Ja, seltsam. Ja. Und dann, wie gesagt, die fehlenden Kameras auf dem Schiff und die fehlende Sicherheit, dass die Leute nicht automatisch irgendwie, über tausend Menschen und sie läuft keinem über dem Weg. Naja, nein, und der Computer checkt nicht die Lebenszeichen seiner, seiner Crew so. Ne, das müsste er eigentlich pausenlos machen, das haben wir ja vorhin schon. Aber gut, naja, dann wird sie halt abgestochen und sie überlebt es natürlich, weil Data natürlich auch unterbewusst nicht sie umbringen wollte, sondern nur das Viech auf ihrer Schulter. Deswegen hat sie dieses Messer dann auch nicht in sie reingesteckt, sondern, also nicht tief jedenfalls, sondern nur. Ich finde diese Stabbing-Szene, also diese Abschlag-Szene auch echt ganz schön krass. Immer so nochmal und nochmal und immer wirklich so ein richtiger Michael-Meyer-Slasher. Und es ist halt doch ein Messer. Ja. Ich bleib dabei. Ich hab's überall auch immer als Messer hier stehen. Ja. Was ich spannend finde, dass Data wirklich weit weg ist. Also das ist das, in Anführungsstrichen könnte das sein, wenn du so einen Tag, oder wie heißt das, Schlafwandler hast. Mhm. Also er ist ja in seinem Traum. Er greift ja, nachdem der Turbolift aufgeht, auch Riker und Worf an. Was ich hier ganz niedlich finde, dass Riker ihn aufhalten kann. Ja, das finde ich auch faszinierend. Also er geht auf Riker an und Riker, oh, hier Arm hoch und höch. Ich schaff das schon. Und er schafft das. Also Data hat mehr als einmal bewiesen, dass er das stärkste Wesen auf dem Raumschiff ist. Also selbst Worf, der ja nun wirklich auch hier Pumper, also der macht ja nur Pumpen und grummelig sein. Selbst der kommt gegen Data nicht an. Ja. Naja, gut. Spannend. Außerdem finde ich diese, diesen versteckten Kultur, diese Kultur des Kripans. Weil in der Szene, wo Riker und Worf dann nämlich durch die Gegend laufen, kurz bevor sie zu diesem Aufzug kommen, da sagt Worf, ja Alexander hat jetzt dieses Musikprogramm von dir gekriegt und das ist total super und Riker sagt, ja, das musst du einfach gut finden, weil das ist Jazz. Und Worf findet das einfach scheiße, weil er einfach Klingone ist und mit dieser Musik nichts anfangen kann. Und dieses, dieses Aufdrücken von Riker hier, du, du musst jetzt meine Kultur gut finden, finde ich daneben. Das finde ich nicht gut. Und Kindern Musikinstrumente zu schenken, fremden Kindern, das ist sowieso eine Strafe, das sollte verboten werden. Also mal abgesehen davon. Und Worf nimmt ja dann später, also der ist ja hier, in dieser Folge ist ja quasi nur Witzfigur und Spielball. Also er isst irgendwelchen Kuchen und sagt so, mit Milchfrosting. Und dann wird sein Sohn hier irgendwie reingezogen und später soll er dann die Katze irgendwie retten. Also nein. Das ist so eine heilbare Figur, die er hier spielt. Da tut er mir wirklich leid, Michael Don. Also das mit der Musik kann ich jetzt noch verstehen. Also das macht, glaube ich, jeder, der Musik gut findet. Dass man sagt, also ich meine, ich stehe da auch zu, Simple Minds ist die weltbeste Band und da gibt es auch gar nichts anderes und das müsst ihr auch alle jetzt so akzeptieren. Soweit noch. Aber dann würde man jetzt nicht anfangen, irgendwie die CDs zu verschenken oder sonst was. Also da bin ich bei dir. Und gerade bei, ich meine, wie alt ist Alexander da? Das ist ja nun schwer zu sagen. Sechs, acht, neun, irgendwas. Ja, wahrscheinlich ist er schon 14. Also ich meine, Alexander ist ja nun wirklich sehr, sehr schnell am Wachsen in The Next Generation. Ich glaube, in DS9 ist er irgendwie schon ein Teenager und kommandiert halt ein klingomisches Raumschiff. Ich weiß es nicht ganz genau. Aber da gebe ich dir recht. Ich habe meinem Bruder einmal gesagt, wenn du doof zu mir bist, dann schenke ich deinen Kindern so eine, wie heißt das, so eine Blechtrommel. Jetzt sind die leider zu alt. Jetzt droht er zurück. Dann bin ich bei dir. Also das sollte man nicht tun. Und dann gibt es dieses Tribunal so einfach an dem Tisch. Dater, war nicht so gut, ne? Ja, nee, war nicht so gut. Ja, und jetzt? Naja, ich habe halt irgendwie so einen Strohhalm gesehen. Was ein Strohhalm? Naja, in meinem Traumprogramm. Warum hat er da nicht vorher mal drüber geredet? Also ich meine, er hatte diesen Strohhalm schon vorher gesehen. Also wir alleine, wir Zuschauer, haben den ja schon zweimal gesehen vorher. Und das war, bevor er irgendwelche Phasen hatte. Nee, also da funktioniert die Selbstdiagnostik bei ihm einfach hier überhaupt nicht an der Stelle. Mhm. Ja. Das stimmt. Die Arglosigkeit im 24. Jahrhundert, die sprichwörtliche. Mhm. Also, ich bin auch nicht so der Fan von dieser, dieser Krankenstation-Szene, die dann kommen, weil das ist auch nur so ein, oh, guck mal, wir müssen jetzt irgendjemand hinsetzen, der eine gute Idee hat und das Problem lösen kann, weil wir haben irgendwie nur noch 15 Minuten. und per Zufall ist das jetzt durch einen ganz witzigen Zufall die, nee, Quatsch, Beverly, die herausfindet, dass die Wunde, wo Data raufgestochen hat, ich dachte eigentlich, er hätte mehrfach drauf rumgestochen, aber gut. Es ist halt die eine Wunde und ja, ist halt so, wie es ist. Der hat sehr präzise immer an dieselbe Stelle gestochen und immer genau gleich tief. Halt's noch mal dazu sagen. Da lasse ich mich sogar noch drauf ein, weil Data ist perfekt nahezu, außer seine Traumprobleme und so. Und dass er irgendwann mal mit einem Tricorder spricht, aber gut. Und dass er keine Gefühle hat. Dann soll er, also Data wird ja so ein bisschen jetzt halb suspendiert und darf dann jetzt auch so wie in so einem Detektivroman oder in so einem Polizei-Action-Thriller seine Waffe abgeben, fehlt ihm nur noch, dass er seine Marke abgeben müssen. Ja, aber er gibt stattdessen seine Katze ab. Ich finde das toll, dass die da mit drei Security-Leuten immer an ihm dran sind und Data, es ist Data, der ist stärker und fitter als die alle zusammen. Warum, also das ist einfach nicht, kein zureichendes Mittel, diese drei Leute. Ich denke auch, entweder man hat halt gezückte Waffen die ganze Zeit, sodass er, wenn er innerhalb einer Sekunde zwei Leute platt macht, immer noch der dritte feuern kann oder sie lassen es einfach. Ja. Naja, das ist wahrscheinlich Protokoll. Ja, das ist so, wenn man irgendjemand außer dem schickt. Das ergibt keinen Sinn, das steht aber irgendwo in den Paragraphen und dann wird das gemacht. Ja, ich habe das ja schon mal gesagt, die Föderation wurde von Deutschen erfunden, das ist Paragraph 46, Abschnitt 4 unter Punkt 1. So haben wir das schon immer gemacht, seit 1839, wo es zwar noch keine Autos gab und nur Pferdekutschen, aber hey. Ja. Ich will es jetzt endlich sagen, ich mag es, diese Spot-Szene, die uns nicht weiterbringt eigentlich, aber sie zeigt uns doch relativ viel. A, war offenbar keine Katzen, mittelmäßig interessant, aber Data ist, also da zeigt es wieder, wie viel Gefühl und wie viel ja, Innenleben er doch hat und nicht einfach nur Protokolle. Er sorgt sich um seine Katze und will Spot abgeben, weil er sie gern hat und vielleicht sogar lieb hat, dass er sagt, hier komm, nimm du sie bitte und Worf steht mit diesem armen Tier, hält es fest, die Füße baumeln einfach nur so gern Boden und Worf angewiedert dieses Team. Ja, also wie sie die Katze halten, finde ich auch daneben. Man hält doch so eine Katze nicht, mein Gott. Ja, kann man schon mal. Ja, kann man, aber muss man auch nicht. Nein, es passt aber einfach wirklich ganz schön da rein, finde ich. Also es passt dann, weil er sie einfach nicht mag und das ist auch nicht. Und er ist allergisch. Er niest nämlich schon beim Ausgehen aus dem Quartier. Nee, das ist echt kein Schöner. Was natürlich die Antipathie auch noch mal ein bisschen erklärt. Ja, ja, auf jeden Fall, das wollte ich sagen, das war sehr niedlich, denn wird so langsam das Rätsel gelöst, dass wir halt diese komischen Interphasenwesen haben, die an den Rand kleben, die werden alle rausgesucht und jetzt muss man sich überlegen, wie man möglicherweise dagegen angeht. Wie kriegen wir dieses Problem gelöst? Was machen wir? Hey, wir schnappen uns den Typen, den wir gerade auf die Ersatzbank geschickt haben, weil das könnte doch alles mit den Träumen von Data zusammenhängen und da wird so ein bisschen erklärt, aber das geht auch alles sehr, sehr schnell und dann sitzen Jordi und Picard wie so zwei betröbelte Studium bei Direktor Data auf der Bank und fragen, ob wir das vielleicht so machen können. Haben die Angst vor ihm? Ich weiß auch nicht so genau. Es ist so ein bisschen, ja, ich meine, das Messer haben sie ihm jetzt, jetzt hat Gott glücklich, also Entschuldigung, das Werkzeug haben sie ihm ja glücklicherweise weggenommen, aber die fand ich auch so, warum, also gerade Patrick Stewart sitzt da mit zusammengefallenen Schultern, also ich finde das ist komisch. Naja, auf jeden Fall gehen wir jetzt auch wieder aufs Holodeck und Nils freut sich, weil nachdem da Kuchen angeguckt worden ist und wieder an Riker rumgeschläuft wird, treffen wir meine Lieblingsfiguren dieser Folge, Dr. Freud und jetzt eigentlich auch hier wieder müsste man denken, hey, der Freud ist der Bösewicht. Er sitzt da überheblich in seinem Stuhl, spaffende Zigarre und wie es für ein Bösewicht eigentlich ja sich geziemt, erklärt er die Situation. Also wer ist, was wird da gemacht und was passiert eigentlich, aber so ein Nebensatz, hey, ich will ihnen eigentlich nur helfen und dann wird er erschossen. Ja, dann wird er erschossen, ja. Okay, aber doch nicht der Böse. Ja, wussten wir noch nicht. Typen wieder und Geordi und Data sind, Quatsch, Geordi und Picard sind relativ schlau und können das Ganze sehr, sehr schnell irgendwie herausfinden, was da nun ja eigentlich Phase ist. Also hier ist auch mal wieder so zum Ende hin sehr schnell. Das passt so. Ja, ich finde es schon amann, dass Geordi hier einfach genau diese Kupplung erkennt. Also genau diesen Ort, wo die drei Typen da, also für mich sieht das aus wie alles anderes, aber er ist halt Ingenieur, deswegen nehme ich ihm das an der Stelle dann auch ab, vor allen Dingen, weil das genau das Ding ist, wo er gerade dran gearbeitet hat. Warum Data das weiß, ist die andere Frage, weil sie sind ja quasi in Datas Unterbewusstsein. Ja, ich glaube, dass diese riesige, riesige, rot wabernde Röhre, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das diese Hauptröhre, ich habe den Namen jetzt vergessen, du hast das Buch da liegen. Das ist diese Hauptröhre, die vom Warpkerner, gibt es zwei, die so nach rechts und links weggehen und dann zu den, ich kenne nur den englischen, also zu diesen Warp-Gondeln geht. Ja. Und das ist, soll das glaube ich sein, ich habe vergessen, wie die heißen. Warp-Gondeln? Ja, nein, die Warp-Gondeln, sondern die Leitung, die dazu hin, also die Energie. EPS-Leitung. Nee, EPS-Leitung. Lass mal Conduit. Ja, das kann gut sein. Also ich glaube, die soll das sein und da es nur zwei davon gibt, kann das gut sein, dass Geordi denn wirklich weiß, welche das ist. Ja, stimmt, es gibt tatsächlich nur zwei davon. Die gehen so diagonal hinten von dem Schiff weg. Ich sehe das gerade. Und dann zu den Warp-Gondeln einmal rechts, einmal links. Genau. Also das kann ich mir noch erklären. Ja, also wie gesagt, es geschieht dann alles sehr, sehr schnell. Sie erkennen das, Geordi und Data, nein, Geordi und Picard, meine Güte, ich habe Data gesehen, haben das Problem gelöst. Sie finden auch heraus, dass dieser hohe Schallton den Data ausstoßen kann, dass der den Viechern wehtut und dass sie damit, ja, das alles so ein bisschen wieder schick machen können und die verjagen können. Das wird dann von Data in Realität umgesetzt, nicht nur in seinem Traum. Ja, und schon ist das große Problem weg und auch die Viecher verschwinden, babern in irgendeine eigene Phase wieder zurück. Nee, die verschwinden nicht, die werden vernichtet. Das ist das, was Picard hier sagt. Die have been completely eliminated. Das ist so absurd. Also, hey, hier, neue Spezies, wir müssen vielleicht mal gucken und so und die ein bisschen erforschen. Nein, wir hauen sie alle weg und machen sie sowas von dermaßen total platt. Guck mal, das ist mir gar nicht so aufgefallen. Das ist halt schon echt ein bisschen seltsam. Es gibt dann ja auch diese, diese Naniten, da wird dann irgendwie noch rumkommuniziert und alles und hier wird einfach kurzer Prozess gemacht. Ja, dann gleichzeitig ist es auch so, dass in TNG, und das zieht sich ja auch wie so ein roter Faden durch Star Trek insgesamt, dass alles, was irgendwie eine Fehlfunktion oder sonst was hat, das ist halt nie einfach nur ein technischer Defekt. Das ist nie einfach mal irgendein Mensch oder irgendjemand, der kriminell ist. Nein, das ist immer eine Lebensform. Ja. Ja, das ist mir so nicht aufgefallen. Also, das finde ich dann ja schon mal wieder hm, hm, na gut. Lassen wir mal so stehen. Aber so eine Folge kann natürlich nicht mit dem Genozid oder zumindest mit dem Massenmord von irgendwelchen, ähm, ja, Lebewesen enden. Also brauchen wir nochmal eine lustige Folge zum Ende. Hä? Diana hat Kuchen gebacken, der aussieht wie Data und, äh, Data noch voll in Dr. Freud-Mode versucht halt heraus, äh, da was rein zu interpretieren und sie hat, nein, manchmal ist Kuchen einfach nur Kuchen. Für Diana hätte es eigentlich Schokoladenkuchen oder Schokoladeneis sein müssen. Das kann man auch so immer essen. Haha. Und damit sind wir durch. Ich finde das schön, dass ich hier tatsächlich doch nochmal ein anderes Messer gefunden habe, um diesen Kuchen anzuschneiden. Wenn sie da jetzt wieder das Gleiche genommen hätten, das wäre auch ein bisschen dolle gewesen. Wobei, naja, wahrscheinlich haben sie die Szene zum Anfang gedreht und dann haben sie da irgendwelche Kreise rausgebrochen oder so. Wir haben es, äh, irgendwie geschafft, meine Herren. Ja. Das, ähm, muss ich mal zugeben, war nicht ganz so einfach, aber nichtsdestotrotz haben wir es versucht. Ich bin gespannt, ob es Top-Szenen gibt. Ähm, Frank, hast du eine Szene, die dir gut gefallen hat? Also ich fand schon die Szene mit Dada, der seine Katze an Wolf übergibt, fand ich schon am niedlichsten, wo er dann auch sagt, und du musst, äh, du musst Gott sagen, dass er eine gute Katze ist, dass er eine, dass er eine liebe Katze ist oder so ähnlich und, äh, das fand ich schon recht goldig. Ja, sehr schön. Ähm, hier auch, hier auch. Also das ist, ähm, ich finde, Michael Dorn hat einfach klasse gespielt. Man sieht einfach doch wie gerne Dada seine Katze hat und da dann auch also effektiv schon fast Liebe zu sehen bei dem Androiden, der angeblich keine Gefühle hat. Ähm, die hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Die, äh, nehme ich auch mit. Arne? Ähm, ich mag tatsächlich die Traum-Szenen alle sehr gerne, weil die so absurd sind und weil die einfach jedem, der das zum ersten Mal sieht, sowas von im Gedächtnis bleiben. Weil wenn du die Crew kennst, die machen hier kompletten Quatsch und das siehst du sehr selten ansonsten in dieser Serie. Also, dass sie sich gegenseitig die Schläfe schlürfen und das, boah, irgendwie über Kuchen philosophiert und, äh, es ist einfach, es ist einfach alles sehr, sehr seltsam und es, ähm, so unsinnig, dass im Gesamtkontext dieser Folge auch, also so sinnvoll, dass im Kontext der Folge und so unsinnig im gesamten Star Trek-Universum ist, ähm, finde ich die Szenen doch einigermaßen charmant. Hm. Flop-Szenen. Frank? Ja, also wie gesagt, ich fand einfach, das, äh, gehen zu, ja, ich weiß es gar nicht, ich bin gar nicht so sicher. Jetzt wollte ich eben gerade die Dr. Freud-Szene nennen, aber auf der anderen Seite fand ich es irgendwie auch absurd witzig. Also, das ist ja so eine absurde Szene. Dann, äh, ja, dann disponiere ich vielleicht tatsächlich nochmal um zu, zu der Szene, äh, eigentlich dieselbe Szene, wo, wo Spot übergeben wird. Also das, was wir ja schon besprochen hatten, ne, dass jeder mit drei Leuten kommen und, also dass es überhaupt dazu kommen soll. Vielleicht eher so, weil, wie gesagt, ich finde halt, das, ähm, hatten wir vorhin noch auch ausführlicher gesprochen, dass es einfach so eine Schwäche an Star Trek insgesamt, dass sie halt nicht die Lebenszeichen kontrollieren, dass der Computer nicht dann reagiert, dass, also, Troy wird da quasi niedergestochen und dann müssen erst Leute sie finden, dass das irgendwie, das ist Quatsch. Da, finde ich, hätte man, das hätte man sich irgendwie auch anders überlegen können. Es wäre jetzt auch nicht schlimm gewesen, wenn ein Alarm losgegangen wäre und dann die da auf den Plan gekommen wären, meinetwegen sogar per Notfall Transporter rein oder so. Das hätte auch alles Sinn gemacht und wäre auch nicht schlecht für die Handlung gewesen. Also nämlich die Szene. Okay, das ist schön. Dann kann ich nämlich die Dr. Freud-Szene nehmen, also, auch wenn das so abstrus ist, ähm, nee, ich, ich mag die nicht. Ich mag die Figur nicht, ich mag die Art und Weise, wie sie gespielt wird, nicht. Ich, also der geht mir, auf gut Deutsch gesagt, irgendwo auf den Pi-Pi-Pi. Ähm, und, ähm, dazu kommt einfach, ähm, ich hab mir diese Szene in beiden Sprachen, also in Deutsch und Englisch angeguckt und im Originalton, ähm, ein Amerikaner darf keinen deutschen Akzent sprechen. Das klingt immer Very good. Das machen wird so. Also, es klingt einfach nicht. Das hat mir, oh, nee, ich weiß es nicht. Ähm, ich mochte es nicht, hab mich da nicht wohlgefühlt. Und deswegen, ähm, setze ich heute Dr. Freud vor die Tür. Arne? Meine Flop-Szene sind sämtliche Szenen mit der Verirren von Geordi, weil die einfach null zum Plot von dieser Folge beitragen. Also auch, dass Captain Picard da aufkreuzt und dann weggelotst wird, tut einfach gar nichts zur Sache, das ist total irrelevant. Und deswegen sind das meine Flop-Szenen. Also, ich finde auch sämtliche, nee, sämtliche stimmt natürlich nicht, aber viele andere Elemente nicht gut. Die ganze Selbstdiagnosefähigkeit von Data ist hier total murks und die Selbstdiagnosefähigkeit vom Schiff ist total murks. Aber so, was einzelne Szenen angeht, finde ich halt, diese Figur hätten sie einfach komplett weglassen müssen. Das ist so ein Zeitfüll-Ding nur, scheint's. Ja, okay. Gut. Ein Fazit brauchen wir dennoch oder auf jeden Fall, wir haben ja nur die guten und die schlechten Szenen, wir brauchen das drumherum auch noch. Frank, wie hat dir denn die Folge Traumanalyse so allgemein gefallen? Ja, ich würde sagen, sie ist so im Mittelfeld. Also, ich finde sie tatsächlich doch gar nicht so schlecht, weil ich finde das Thema Träume einfach ganz interessant. Ich finde es auch nicht so unlogisch, dass ein Android mit so hohen neuronalen Funktionen, die sich ja am Gehirn orientieren, auch vielleicht sowas hat. Also, ich habe ja eh so den Verdacht, dass es sich bei Träumen eben auch um diesen Aktualisierungsprozess des neuronalen Netzes oder der neuronalen Netz im Gehirn halt handelt, die vielleicht tatsächlich dann eine Bedeutung zu dem, was uns interessiert und was uns wichtig war, hat, weil das Gehirn sich zwangsläufig ja das über die Zeit unseres Lebens nach und nach immer besser merkt und dann werden diese Informationen auch im Kontext dieser Informationen quasi verarbeitet und dann, ob dann aber das, was sozusagen jeweils auftritt, wirklich immer so von Bedeutung ist, das wiederum bezweifle ich. Egal, jedenfalls, das fand ich irgendwie eine ganz nette Idee. Ansonsten war da natürlich auch viel jetzt so zusammengeklaubt, warum soll jetzt Data ausgerechnet im Traum diese anaphasischen oder interphasischen oder sonst was Lebensformen feststellen. Das fand ich absurd. Ich fand halt Banane, dass er da zu Freud statt zu Treu geht. Ich fand Banane, dass sie die Viecher nachher alle platt machen, statt wie es sonst deren Text, Star-Track-iger Art ist, mit denen mal zu kommunizieren. Also ich würde mal sagen, so drei, drei Minus so. Also ich fand es schon okay, das zu gucken, vielleicht ringe ich mich zu einer drei durch, weil irgendwie, wie Arne ja auch schon sagte, also diese Szenen mit dem aus Rikers Gehirn trinken, das fand ich schon, das hatte einfach so was wie so ein bisschen, ja, so eine dunkle, absurde Szene irgendwie. Also das hatte schon einen gewissen Kick, hatte das irgendwie auch. oder so eine, ja, ich weiß nicht, so eine morbide Faszination hat das schon irgendwie bedient. Ja, also es waren auf jeden Fall eine Reihe wirrer Szenen drin, die sind mir auch unabhängig davon, dass ich die Folge jetzt schon lange nicht gesehen habe. Also auch der Kuchen, der Troy-Kuchen und so, das sind so Bilder, die mir ewig schon in Erinnerung sind. insofern, das hat einfach so, das hat so ein Cliffhanger-Potenzial, beziehungsweise wie heißt das, so ein, ne, das ist wie, ich weiß nicht, ob ihr dieses Bild kennt, es gibt so ein Bild, da ist in so ein, ist in so ein Eierbecher, springt von oben so ein Fisch rein, ja. Das hat irgendeiner mal gesagt, ja, und dieses Bild, daran werdet ihr euch noch in Jahren erinnern und das war dann bei mir auch so und das ist so, diese Szene ist voller Bilder, die man, ob das nun Sinn ergibt oder nicht, die erinnert man einfach lang. Also ich ring mich zu einer 3 durch, also Inhalt, also Handlung insgesamt vielleicht so ein bisschen, so ein bisschen Mittel, aber einige recht kreative Ideen. So, Punkt. Okay. Ich glaube, das ist schon ein bisschen durchgekommen, ich mochte die Folge nicht so besonders. Ich weiß es nicht. Ach so. Ja gut. Arne. Ja, mein Fazit ist zu dieser Folge, also sie gehört auf jeden Fall bei mir zu den fünf mittleren Folgen. Ich finde sie halt sowohl ganz cool, weil diese Szenen einfach so krass absurd sind und so im Gedächtnis bleiben, wie Frank auch schon beschrieben hat und ich finde auch, sie hat durchaus Witz so und es sind einfach absurde Szenen drin, ja, auch diese ganze Nakamura-Szene so und dass BK dieses Bankett nicht machen will, das finde ich alles charmant, aber ich kann auch mit Nils mitgehen, das freut mir hier einfach nicht gefällt und auch diese ganzen anderen Probleme, die wir hier entdeckt haben während des Guckens, da ist einfach so viel komisch und auch aus technischer Sicht heutzutage ist da einfach an dieser Folge so viel kaputt und auch an die Sichtweise von Freud. Im 24. Jahrhundert wird niemand mehr Freud benutzen als die Koryphäe für irgendwelche Geistespsychosen, weil, wie Frank vorhin erläutert hat und Nils auch, ja, das ist einfach alles überholt. Auch in den 90ern, als die Serie rauskam, war das schon überholt und heutzutage, also heutzutage noch mehr und dann wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Also, da sind einfach manche Dinge ein bisschen Quatsch und dass BK dann am Ende diese fremde Spezies, die sie überhaupt noch nicht kannten bis dahin, einfach so platt haut, obwohl sie herausgefunden haben, wie man sie sehen kann und obwohl sie möglicherweise auch auf andere Weise irgendwie mit der interagieren können, das finde ich schon alles daneben. So, also, es gibt viel Gutes und es gibt auch viel Schlechtes in dieser Folge. Deswegen ist sie bei mir auf jeden Fall in der mittleren Fünf. Dann ist es leid. Dann habt ihr zweimal mittel. Ich war wenig begeistert. Es tut mir leid. Also, es ist einfach so, wenn mir etwas nicht gefällt, dann fällt es mir schwierig, darüber positiv zu reden. Aber wie? Pass mal auf. Ja. Wenn dir was nicht gefällt, muss dir das nicht leid tun. Dann ist das deine Meinung. Du darfst die haben. Das ist völlig in Ordnung. Ja, es tut mir aber für unsere Hörer leid, dass die denn über meine Launen und so. Das sehe ich anders. Wenn wir dich wiedersehen, ja, dann musst du noch ein Schnäppis mehr trinken als wir. Das ist eine Sprache. Ich habe da was sehr Gutes. Wir fanden es mittelmäßig ich nicht so gut. Ihr dürft gerne uns auch bewerten, wenn ihr Lust habt. Wir jetzt? Ja, natürlich. Ihr auch, wenn ihr wollt. Ich finde uns gut. Ja, ich auch. Das muss ich irgendwann auch bei Apple Podcasts auch nochmal hinschreiben, dass ich uns gut finde und fünf Punkte geben und so. Das dürft ihr, liebe Hörer, natürlich auch machen. Wenn ihr möchtet, tretet gerne mit uns in Kontakt und nennt uns eure Meinung zu dieser Folge. Traumanalyse bei ghu.companion.net oder bei Twitter at gestern hu. In zwei Wochen ist der 26.12.2020. Also für uns und für alle, die das normal hören, für euch, liebe Hörer, im Jahr 2399. Die 40. Folge wird ausgestrahlt am 2. Weihnachtstag 2020. Und dafür haben wir uns etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Es gibt als GHU 040 als die 40. Folge das GHU Weihnachtsgeschenk. Und das sind unsere TNG Flop 3. Also für mich bleibt es. Ich kann in der Laune bleiben, aber ich glaube, es wird sehr launig und lustig. Wir haben uns ausgesucht, dass jeder sich drei, die drei schlechtesten Folgen aus TNG zusammenstellt und die werden wir uns dann vorstellen. Wir haben uns die gegenseitig noch nicht gesagt. Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt und das wird bestimmt ganz lustig. Übrigens, lustige Anekdote. 040 ist die Vorwahl von Hamburg. Genau reingefallen, ja. Perfekt. Habe ich überhaupt nicht mehr drüber nachgedacht. Ich drücke immer nur auf Knöpfe. Anrufen, Schatz anrufen. Stimmt, Hamburg 040. Guti, dann wünsche ich euch einen schönen Sonntag, ne? Ich wünsche euch alles Liebe. Kommt gut in die Weihnachtszeit rein und bis dahin verabschiede mich und wünsche einen guten Morgen, guten Tag, Bye, bye. Hey, wir sind Nils, Arne und Frank und das war gestern, heute übermorgen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch ein wenig. Mehr Infos dazu findet ihr auf